Hallo, Hello Kitty Freunde. Heute werden wir unsere Freundin Hello Kitty besser kennenlernen. Seid ihr bereit? Yeah! Hello Kitty wurde am 1. November in London geboren und ist ein sehr sonniges, kleines Mädchen mit einem Herz aus Gold. Ihre Größe beträgt 5 Goldäpfel und ihr Gewicht 3 Goldäpfel. Sie ist auch sehr eitel. Sie geht nie ohne ihre schöne rote Schleife aus. Eines der Dinge, die sie am meisten liebt, ist mit ihren Freunden zusammen zu sein. Und sie hat eine Menge Freunde. Alle lieben sie sehr. Außerdem spielt sie gerne Klavier. Hello Kitty liebt Musik. Sie kann gut kochen und backt tolle Kekse. Aber ihr Lieblingsdessert ist der Apfelkuchen von ihrer Mutter. Und wo wir gerade von Familie sprechen, wusstet ihr, dass Hello Kitty eine Zwillingsschwester namens Mimi hat? Schließlich wollt ihr wissen, was das Motto von Hello Kitty ist? Man kann nie genug Freunde haben. Hat es euch gefallen, ein wenig mehr über unsere Freundin Hello Kitty zu erfahren? Abonniert den Kanal, um keine weiteren lustigen Geschichten und Abenteuer von Hello Kitty und ihren Freunden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. 실패 Samuels